ja hallo zusammen ist der Fluxkommandator70 mit einem weiter Gastreplay und hier ist er wieder dabei der Herbertzheimer 79 aus dem kleinen X4X mit dem 9er TD der russischen Fraktion das Objekt 704 auf einer Map die wir schon lange nicht mehr dabei hatten auf meinem Kanal Himmelsdorf im Süden gestartet 9er 8er Gefecht 5 9er 10 8er darunter 3 Heavis 3 Meter Panzer 5 TDs 3 Leads und einmal die Art die Munitionsverteilung die AP Standard Munition lässt er gleich weg ja die hätte 750 Damage 286 Durchschlag aber somit 25x Premium Munition ABCR dabei schon mal einziehen auf den Spritzwagen S1 ja der hat nicht getroffen aber da gab es Aufklärungsunterstützungsschaden 197 wie gesagt die ABCR hat 329 Durchschlag dann hat er 5 mal einen HI Sprenger dabei 59 Damage 90 Durchschlag so dreht er sich um Richtung Hill und da kriegt er aus der vom Bahnhof den er 10 EVEN ID halte ich erst mal 197 eingefangen und vom Hill den LTKnom wo hast einer der drei B hatebrüder kleines mit kleines mit geht und verbesserte ration für die russische crew und in der fältausrüstung habe ich gesehen ansatz auf der 1 optik auf der 2 und auf der dritten position die lüftung jawohl mission ist wieder triumph jagdpanzer 15 habe ich glaube ich gesehen aber jetzt erstmal schöner treffer auf den leopard pda auf dem hilder schön 701 und der db lande antwortet mit 183 ok noch mal zurück zum mission ja triumph war das in richtung objekt 260 und da prallt jetzt der ltd ab so der burrask links da noch mal zu den werten des panzers sage ich gleich was und sehen wir hier noch ein bisschen den turm ja wohl einziehen und schiss ab in die garage erster kill jawohl der hat ein bisschen zu viel geguckt du hast ich kann sie nicht mehr sehen echt nie 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 an hier sind nur zwei borrast auf der gegenseite dass da ich mich gerade verguckt einer von zwei nicht von dreien das andere ist ja ein bisschen was zu den werten zu dem panzer 37 km vorwärts 13 rückwärts rinozeit 16,4 und einzelzeit 2,7 die werte alle stock natürlich weniger auch seine cruise geschult wir haben gerade die zwei sterne auf dem rohr gesehen und somit ihr wisst ihr es es geht um die dritte jan mark jawohl sechs grad kriegt er die kanone nach unten und der schwenkbereich der kanone ist elf grad rechts wie links wo es macht die kiste jawohl 86 in den elc in die nummer fünf mit fetter kanone tschüss macht's gut da gab es noch ein bisschen unterstützungsschaden vielleicht nein gab es nicht aber ein anderer aus dem team hat den elc in die garage geschenkt vier zu drei steht es dreieinhalb minuten sind rum der runde da oben der eleopard pda nie das flitzt vorbei hier haben x 13 90 anvisieren der bleibt auch noch stehen was gut ja wer so darum bettelt richtet dickes loch in den hinter ein zweites naja okay zweiter kill rund 3000 kombinierter schaden 10 zu 5 viereinhalb minuten sind wir jetzt dabei es handelt sich um ein standard gefecht natürlich und der mt 41 bulldog und diese 101 stehen im gegner schon kennt brauche ich mal nach 35 und 4 30 kunden nach wurde gespottet iron arnie links darüber möchte gerne ein paketchen haben ja beide prallen aber ab iron arnie prallt ab ja der ist aber natürlich gut gepanzert ja da kriegt er von der art im besuch 2 90 points oh ja 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 jetzt dem rask wird brech schießt in die ketten jetzt den iron arnie vielleicht da ach schade da war die granate ein bisschen zu langsam und der iron arnie hat den beschleunigt weil es da so schräg runter geht da kam dann die granate nicht hinterher egal 12 zu 6 so objekt 257 komm her die granate ist irgendwo hingeflogen aber nicht ins ziel objekt 257 premium panzer actor heavy der russischen fraktion ich glaube auch defender genannt ist doch das oder lüge ich jetzt noch der hier ringelpitz mit anfassen da wurde jetzt proxy gespottet oder vom bärm vom hild aus morassi morasskanten gespottet schöne breitseite ja wohl 8 zu 11 3638 täglich und das durchgekippt und wir sehen uns in den stats dann kommen wir zu den stats ja da wurde durchgekippt und ruckzuck war der sieg da überschrift objekt 704 dritte gunmark 268 panzer mit der dritten gunmark jawohl und dann haben wir das dritte sternchen auf dem rohr und dann haben wir zweiter klasse wirkungsfeuer 62.000 für 22 credits xp kommen später gemeint teams vor rein 3038 der match drei kills 942 basit xp gewandiert report rein zehn mal geschossen acht mal getroffen sechs mal erschlagen 151 damage über 300 meter schöne schöne schüsse auf den hillen haben wir gesehen und dann blockiert hat er 860 dann gab es hier aufgelistungsschaden am art mitglieder 670 macht kombinierten schaden von 4300 rund gefahren 1,3 kilometer dafür gab es 32.011 credits dann noch battle bonus 14.405 macht 62.422 also die repair und munition bleiben 9344 credits über das ganze in sechs minuten zwei dann war ja durchgekippt dann die base xp plus sieg bonus macht 1413 xp und 71 freier fahrung ja schöne runde hier mit dem objekt 74 hatte ich ja das letztens auf meinem kanal von einem anderen mitspieler ja der mir ein replay zugesendet hat aber haben wir da schöne schüsse gesehen von ihm auf den hill herrlich ja ich hoffe es hat euch gefallen und ich sage tschau bis zum nächsten mal